Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Kalender-Unboxing. Heute haben wir den NYX Adventskalender und ich bin mega, mega gespannt, was hier drin ist. Das Video seht ihr wahrscheinlich erst in ein paar Wochen. Ich habe den wirklich lange gesucht und lange gewartet, bis ich ihn endlich gefunden habe. Und ich bin super gespannt, was da drin ist und ich freue mich ganz besonders drauf. In den letzten Jahren war der NYX Adventskalender wirklich einer der besten, die es im Beauty-Bereich gab. Und ich bin gespannt, was da heute drin steckt. Falls ihr neu seid, ich bin Maxim. Aktuell gibt es jeden Sonntag und wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen zwischendrin immer ein bisschen Adventskalender-Unboxings. Also wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann klickt gerne auf den Abonnieren-Button. Und ich sage euch nicht, in welchem Türchen was drin ist. Ich zeige euch einfach nur alle Türchen, sodass ihr, falls ihr den Kalender haben wollt, natürlich auch eine kleine Überraschung habt. Und ich behalte natürlich nicht den Inhalt der Adventskalender, sondern ich mache daraus mehrere Pakete. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Emoji in die Kommentare schreiben. Ich bin super gespannt. Ich habe den bei Amazon bestellt und habe die Bestellung wieder storniert, weil sie erst Ende September kommen sollte. Und habe ihn dann bei Flaconi gekauft. Und ich muss sagen, auf den Fotos sah er riesengroß aus. So ist er ein bisschen kleiner, aber das Packaging ist richtig, richtig hübsch. Das Ganze kommt in so einer Truhe in lila und mit so ein paar weihnachtlichen Motiven, mit Zuckerstangen, Diamanten, Lippen, Ketten, Schneeflocken. Also sehr, sehr süß und man kann die Box auch weiterverwenden, weil ihr das Ganze wirklich einzeln rausnehmen könnt. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach. Ich zeige euch den einmal kurz hier von innen. Ihr seht es schon, da sind einzelne Umschläge und kleine Boxen mit drin. Und ich kippe das Ganze jetzt erst mal vor mir aus, dass wir so ein bisschen schauen können, was da drin ist und ihr nicht die Reihenfolge habt. Weil es ist schon clever gemacht, dass mit 1, 3, 7, 4, dann ist hier vermutlich irgendwo die 2 drin, dass man recht einfach an die Sachen rankommen kann. Was ich sofort feststelle, ist, dass die Boxen in einem sehr, sehr süßen Design sind. Da stehen auch Farben drauf. Making the necessities easy beispielsweise. More is more. Rings for when you're feeling extra. Rings for when you're feeling extra. Sind da Ringe drin? Wir schauen einfach mal rein und starten tatsächlich auch mit diesem Türchen. Hier ist so ein Pad drin, um seine Pinsel zu reinigen. Kann man tatsächlich eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ich mache es meistens an meiner Hand, weil ich dann so ein bisschen ein besser Gefühl habe. Ist aber gar nicht schlecht. Schwarz steht auch nichts mit drauf. Okay. Was ich ebenfalls sehr, sehr süß finde, ist, dass die einzelnen Boxen hier mit so Papier getrennt sind. Wir haben nämlich auf der Rückseite nichts. Das heißt, man kann daraus vielleicht eine Karte basteln oder ein bisschen Tischdeko oder so. Hat man noch ein bisschen was von. Alright. Wir haben hier so ein kleines weißes Tütchen. Wir haben einmal hier so einen Ring und dann noch einen mit so einem Loch. Also mir passen sie tatsächlich an den kleinen Finger. Sie sind nicht größenverstellbar. Ist süß. Weil sie wirklich ganz filigran sind. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, brauche ich. Wir machen mal so einen Umschlag auf und schauen, was hier drin ist. Gar. Also hier steht was drin. Drei Monate eine gratis online Kochkurs. Da ist ein Code drin. Den kann man dann eingeben und dann kann man einen Kochkurs machen. Okay. Ich koche ja gerne. Wir haben einen Schlüsselanhänger mit einem Spiegel. Kann man gebrauchen. Aber ist jetzt nicht das, wo ich sage, wow. Seal the Deal steht hier mit drauf. Oh, hier haben wir ein Control Freak, ein Augenbrauenprodukt. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr beliebtes Produkt. Ich mag das auch sehr gerne. Ich habe das schon ein paar Mal benutzt. Das ist einfach so ein durchsichtiges Augenbrauengel, dass die Augenbrauen einfach richtig schön fixiert sind. Super, super gut. Und die Sachen sind ja auch recht teuer, muss man sagen. Aber okay, gut, super. Was ich jetzt gerade so ein bisschen doof finde, vielleicht täusche ich mich da aber auch. Wir haben hier diese Umschläge. Die 20, die 22 und die 23 sind tatsächlich alle nacheinander Umschläge. Wir machen mal meinen Geburtstag auf. Das ist mir nämlich immer das liebste Türchen. Wie da ist ein Code drin? Ein Monat gratis online Fitnesskurs. Ist das ein Zeichen? Also das ist eine Mitgliedschaft für einen Monat gratis online Fitness. Wieder so ein Ding? Ein gratis Fotobuch. Ich verarsche euch nicht. Hier könnt ihr einen Code haben. Ein gratis Fotobuch. Aber auch nur ein bestimmtes. Das kleine Fotobuch. Und auch nur in Horizont. Nur in Horizontal. Hier ist ein großes Türchen. Hier ist ein abschmengen, wiederverwendbares Wattepad drin. Ja, wie viele Türchen haben wir denn jetzt gerade schon aufgemacht? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und wir hatten ein Augenbrauengel drin. Okay, wir machen mal ein paar Boxen auf. Weil ich möchte jetzt hier mal ein bisschen Make-up haben. Hier haben wir ein This is Everything. Ein Loving Lip Balm. Die waren in den letzten Jahren ja auch schon immer mit drin. Die sind wirklich gar nicht schlecht. So eine Lippenpflege kann man immer gebrauchen. Und was wirklich gut ist, ist, dass das ein Aluminiumdöschen ist. Das heißt, man kann es auch gut recyceln. Okay, wir machen weiter. Was ist das denn? Ein Monat gratis Streaming Concerts. Musst du dich wieder anmelden. Ein Augenbrauenprodukt. Fill & Fluff in der Farbe Clear. Also ein durchsichtiges Produkt, mit dem man die Augenbrauen so ein bisschen fluffy machen kann. Okay, finde ich gut. Kann man immer gebrauchen. Augenbrauenprodukte ohne Farbe. Ist natürlich auch sehr, sehr gut gemacht. Dass du da keine großen Probleme hast, dass da irgendwas ist. Wir haben ein Mini Fixing Spray. Das ist das Matt Finish. 16 Stunden Halt. Das ist ein sehr, sehr gutes Fixing Spray, wenn ihr wirklich eine sehr, sehr ölige Haut habt. Aber ist in einer kleinen Größe 8ml oder was ist drin? 18ml sind wir drin. Okay, für unterwegs vielleicht mal gar nicht so schlecht. Wir haben ein Dewey Finish Fixing Spray. Auch hier 18ml. Also man hat entweder Matt oder Dewey. Kann man auch weiter tatsächlich sehr, sehr gut kombinieren. Jetzt leeren sich aber die Kisten. Und ich habe hier noch viele, viele Kärtchen. Ein gratis Virtual Escape Game. Oh, hier ist was anderes drin. Was ist das? Das ist eine Schablone. Ja, für einen Kindergeburtstag. Vielleicht ganz süß, um ein Schmetterling oder so einen kleinen Harry Potter Blitz zu machen. Hier ist auch was anderes drin. Eyeliner Stencils. Das sind fünf Schablonen, die du dir ans Auge legst, um einen Eyeliner zu ziehen. Aber warum fünf? Nagelsticker. Die sehen süß aus. Auch hier mit so Blitzen und einem Auge kann man für Nail Art benutzen. Also wir haben ja wirklich schon von Fitness und Sport und Konzerten alles mitgehabt. Jetzt haben wir einen Monat gratis Online Karaoke. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Oh, wir haben ein Lippenprodukt. Ein Butter Gloss in der Farbe Creme Brulee. Das ist ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Die mag ich total gerne. Die sind richtig, richtig schön auf den Lippen. Und das ist eine Farbe, die funktioniert bei uns allen. Bestimmt. Wir haben den Epic Ink Liner. Das ist auch ein Produkt, was man immer gut gebrauchen kann. Viele von euch mögen das auch. Aber das ist jetzt halt auch nichts extra, extra. Also was extra gemacht ist, ist beispielsweise diese Nagelsticker Verpackung. Die ist angepasst an den Adventskalender. Die Make-Up Produkte bis jetzt allerdings nicht. Ui! Wir haben die On The Rise Mascara. Das ist tatsächlich einer meiner liebsten Mascaren von NYX. Wirklich eine phänomenale Wimperntusche. Grandios. Okay, wir sind aber noch nicht fertig, Freunde. Wir haben hier noch ein paar Vouchers. Das 12 Monate of free live Videospiel-Tour. Go Gamers. Drei Monate of free live and interactive Online-Yoga-Class. Was das? Nee, hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Vielleicht haben wir einen Schwimmkurs? Baby-Schwimmkurs? Eine Nagelfeile. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Mir fehlen gerade die Worte. Wir haben sieben Gutschein-Codes. Für etwas, was ich niemals in meinem Leben machen würde. Das ist Pappe. Also literally nur Pappe. Ich glaube, ihr merkt es gerade selber so ein bisschen, dass ich, also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas schiefgegangen sein muss. Dass sie, weiß ich nicht, 20 Produkte nicht rechtzeitig bekommen haben. Weil das Packaging ist wirklich, wirklich süß. Aber diese Gutscheine, das ist eine Unverschämtheit. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Weil, und jetzt, du kannst und du gibst bei sieben verschiedenen, völlig random Brands. Also das sind ja nicht mal, wäre es HelloFresh hier in Deutschland. Oder wäre es, weiß ich nicht, ein Deichmann-Gutschein. Die du hier wirklich effektiv im Real Life einlösen kannst. Dann könnte ich es ein bisschen mehr verstehen. Aber dich bei sieben verschiedenen amerikanischen, vermutlichen Online-Plattformen an... Nee! Drei Monate of free, live and interactive Online-Yoga-Class. Und hier steht unten im Kleingedruckten drin, das Angebot bedingt eine Kreditkarte. Habe ich schon mal nicht. Kann ich schon mal nicht nutzen. Und das Angebot verlängert sich automatisch in eine 89, 88 Pfund pro Jahr Subscription, wenn sie nicht innerhalb der ersten 30 Tage der Testperiode gecancelt wird. Also du hast drei Monate, musst aber schon im ersten Monat kündigen, damit du nicht danach 90 Pfund zahlen musst. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ein bisschen schuck. Und wisst ihr, was mich am meisten aufregt? Was mich richtig, richtig wütend macht, dass das Ding 60 Euro gekostet hat. Und wisst ihr was? Zu berechnen für Nagelsticker, eine Nagelfeile, ein Eyeliner-Schablone, ein Spiegelchen und Plastikring. Also das ist kein Plastik, aber Ringe ist eine bodenlose Unverschämte. Das tut mir wirklich leid. Und ihr wisst, dass ich eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg für mich persönlich war, mit nichts zu arbeiten. Ich habe so viele tolle Produkte gekauft, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Aber das gibt mir jetzt gerade echt ein schlechtes Gefühl. Und wisst ihr, was ich mache? Ich rufe morgen, am Montag, nachdem das Video schon online ist, rufe ich bei Flakoni an und frage, was das ist. Also, das geht nicht. Lasst es sein. 60 Euro ist so viel Geld. Und das tut mir im Herzen weh. Ich habe mir 60 Euro auch dafür ausgegeben. I'm out. Passt auf euch auf. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne eure Meinung da mit rein. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal.